Guten Tag, ich heiße Peter Exow. Ich arbeite seit 19 Jahren für Yokogawa. Seit etwa fünf Jahren verantworte ich das Servicegeschäft in Deutschland. Ich lade Sie ein, mit mir auf der NAMO Hauptversammlung über Automation Security zu diskutieren. Kennen Sie den Security-Status Ihrer Anlagen? Mit uns schon. In meinem Workshop zeige ich Ihnen anhand unserer Service-Lösung, wie wir den Security-Status Ihres weltweiten Anlagennetzwerkes verbessern und transparent machen. Sie haben gar kein Yokogawa-Prozessleitsystem? Das ist auch kein Problem. Unsere Lösungen sind nicht nur auf unsere eigenen Systeme zugeschnitten. Wir machen auch den Security-Status von Systemen anderer Hersteller sichtbar. Alles nur Theorie, denken Sie? In einem Praxisbeispiel zeige ich Ihnen, dass sich unsere Security-Lösungen auch im harten Industrieumfeld bewähren. Ich freue mich auf interessante Gespräche mit Ihnen. Bis zu NAMO.